Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Hörbuchvorstellung. Wir hören Wisting und das See des Vergessens von Jörn Lierhorst, gelesen von Götz Otto. Es ist bereits der vierte Cold Case aus Norwegen. Ich selbst habe die ersten drei gehört und finde sie klasse. Den Inhalt zu diesem Fall, noch mehr Hörbuchinfos, findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's los. Kapitel 1 Eine Fliege landete auf dem Rand des Wasserglases. Wisting verscheuchte sie und setzte sich auf der Terrasse unter den Sonnenschirm. Er trank das Glas zur Hälfte aus und überprüfte die Anzahl seiner Schritte auf dem Handy. Die App hatte fast 4000 Schritte gezählt. Dabei war es nicht einmal zwölf Uhr. Die meisten Schritte waren registriert worden, während er mit dem Rasenmäher hin- und hergegangen war. Wisting hatte es sich zum Ziel gesetzt, im Urlaub jeden Tag mindestens 10.000 Schritte zurückzulegen, war im Durchschnitt jedoch bei unter 8.000 geblieben. Einige Jahre vor Ingrids Tod hatten sie beide von Thomas einen Schrittzähler zu Weihnachten geschenkt bekommen. Es handelte sich um ein kleines digitales Gerät, das am Gürtel oder am Hosenbund befestigt wurde. Es zeichnete die Bewegungen im Hüftbereich auf und rechnete sie in Schritte um. In den ersten Wochen hatten Ingrid und er ein wenig gewetteifert, wer sich am meisten bewegte. Doch je mehr Zeit verging, desto öfter war das Gerät in der Schublade liegen geblieben. Nur das Handy hatte Wisting immer bei sich. Er blickte auf sein iPad und öffnete den Internetbrowser. Dann suchte er nach aktuellen Zeitungsartikeln über Agnete Roll, die Frau, die am selben Tag verschwunden war, als Wisting seinen Urlaub angetreten hatte. Allerdings war sie erst zwei Tage danach als vermisst gemeldet worden. Die ersten Artikel hatten noch von der Suchaktion der Polizei berichtet. Mittlerweile hatte die Sache aber immer weniger Ähnlichkeit mit einem normalen Vermisstenfall. Im Artikel der Lokalzeitung äußerte sich auch nicht mehr der Leiter der Suchstaffel, sondern Nils Hammer als Ermittlungsleiter. Offenbar gab es bislang jedoch keine neuen Entwicklungen in dem Fall. Die 32-jährige Agnete Roll war mit ihrem Mann in der Innenstadt von Stavern gewesen. Dabei hatte es Meinungsverschiedenheiten gegeben und Agnete war früher als ihr Mann nach Hause gegangen. Eine halbe Stunde später hatte er zu seinen Freunden gesagt, dass er auch nach Hause wolle. Laut Zeitungsartikel war die Vermisste zuletzt kurz vor Mitternacht beim Verlassen des Paps in der Innenstadt gesehen worden. Ich hoffe, euch hat die Hörbuchvorstellung gefallen. Bitte gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr das Hörbuch bereits gehört habt, dann schreibt doch einen Kommentar, wie euch das Hörbuch gefallen hat. Das umgekürzte Hörbuch hat eine Laufzeit von 11 Stunden und 47 Minuten. Das Hörbuch ist am 23. April 2021 bei der Audio Verlag erschienen. Hier rechts findet ihr wie immer eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017